Mein Name ist Helin, ich bin 23 Jahre alt, arbeite hier am Stand von Antichi Sabori. Der Chef, also der Inhaber ist der Renato. Unser Sitz ist in Dettingen, was ich zu uns sagen kann. Also wir kriegen wöchentlich frische Ware aus Italien. Da schauen wir auch danach, dass es wirklich immer gute Ware ist und frische Ware, also wie Sie hier sehen können. Untertitelung des ZDF, 2020